Das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber wenn man schon anfängt hin und her zu ziehen und zu zoppeln oder auch mit der Farbe unschlüssig ist, dann lieber lassen an dem Tag. Wenn hier sowas hochrutscht, gerade ziehen. Das ist der Gilt gibt schon sehr gute Idee, dass er nicht schreckst. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Hallo, herzlich willkommen. Die Kamera ist ja schon an. Ja, wir sind schon im Auto, wir sind gleich unterwegs. Wir fahren heute nämlich zur... Zu der lieben Birgit von Typsache. Ich freue mich schon sehr auf diesen Termin. Genau, und da schauen wir uns mal an... Was schauen wir uns an? Die Birgit macht Farbberatung, Typberatung, Stilberatung. Und heute schauen wir uns das Ganze mal an und werden sie mit ein paar Fragen löchern und mal herausfinden, warum man sowas überhaupt braucht. Erstmal schön machen. Oh, mal gucken, was ihr sagt heute. Wie wir angezogen sind. Ich bin total daneben. Da war ich mit ihr shoppen. Mega geil. Total die Hammerklamotten ausgesucht. Die hätte ich mir im Leben nicht ausgesucht, so wie sie mir die Kombination empfohlen hat. Für wenig Geld, geile Kombis und ich sehe immer angezogen aus. Très bien. Zum Valentinstag. Ganz lieb von euch, danke. Wenn hier sowas hochrutscht, gerade ziehen. Das Dirk gibt schon sehr gute Idee, dass er sich öfter abbringt. Die alte Maschine ist cool, Birgit. Du hast gesagt, das ist... Das ist ein Erbstück, ja, wie gesagt. Da habe ich drauf nähen angefangen und ich muss sagen, das ist mein ganzer Stolz. Cool. Ist auch sehr schön. Die gehört zu mir und zu meinem Raum. Was ist denn dieses Jahr so der Haupttrend, Birgit, bei den ganzen... Ja, es wird auf alle Fälle bunter im Sommer. Also viel, viel Farbe, auch Ton in Ton, aber auch viel kontrastreiche. Man kann ja mit einem Teil manchmal den Rest auffrischen und das ist das Schöne. Auch bei den Männern ist Farbe gefragt. Ja, okay. Warum ist das überhaupt so wichtig? Also wenn man jetzt so, wie wir jetzt, sag ich mal, viel auch außen unterwegs ist und auch sichtbar ist, also... Bei Kunden, ne? Bei Kunden. Bei Unternehmen bin ich ja auch viel unterwegs. Da passe ich immer meine Kleidung ein bisschen an. Wo gehe ich hin? Wie will ich wirken? Das ist ganz wichtig, dass man sich da die Frage stellt, wie will ich rüberkommen? Okay. Es geht ja um Proportionen und wenn ich vor dem Spiegel stehe, sag mal, sehe ich vielleicht meine Hüfte oder sage, ach, also jetzt muss nicht ich sein, das kann auch eine Kundin sein. Oder ich habe viel Busen oder ich habe breite Schultern, fokussiert sie sich nur auf die Schultern. Aber den Rest sieht sie gar nicht, dass sie vielleicht ein schönes Dekolltier hat, hübsche Haare, eine tolle Ausstrahlung. Okay. Würde sie sich darauf fokussieren, also das kitzle ich natürlich bei meinen Kunden raus. Deswegen finde ich sie so klasse. Wie finde ich denn meinen eigenen Look raus? Fangen wir schon bei Adam und Eva so ein bisschen an vorm Spiegel. Okay. Man muss sich selbst kennenlernen, die Proportionen sind wichtig. Wo bin ich kurz, wo bin ich lang? Auch das ist bei mir eine Proportionsmessung. Ist der Anfang, die Farben, welche Farben schmeicheln mir zu Gesicht. Auch das ist ganz wichtig. Ich hätte mich jetzt hier nicht im Kammel hingesetzt, wo ich blass wäre ohne Ende. Darum habe ich Farbe an. Weil ich weiß, das sind Farben, die mir schmeicheln. Und die bringen mich auch über die Kamera ganz anders rüber. Okay. Lass es mich, wie gesagt, mal deine Figur anschauen. Würde schauen, wie breit sind die Schultern im Verhältnis zum Becken. Dass wir mal sehen, das wäre so die Grundlage im Vergleich zum Becken. Und dann sehe ich, dass du ein bisschen breitere Schultern hast. Ungefähr, sagen wir mal, 10 Zentimeter. Das sind aber nur zur Erklärung rechts und links fünf. Ah, okay. Ja. Also vom Gesamtbild aus wäre das gar nicht so viel. Aber du bist ein sportlicher Typ schon mal. Dann spielt natürlich auch die Gesichtsform eine Rolle. Wie ist die Gesichtsform? Wie sind die Haare? Sind die glatt? Alles, was du mitbringst. Wie sind die Schultern eher gerade, geschwungen? Okay. Die Beine kurz lang im Fettens zum Oberkörper. Und so auf die Schnelle gesehen, sage ich mal, was würdest du jetzt mir so empfehlen? Ich denke, du bist schon ein lässiger Typ. Du magst es nicht komplett im Anzug zu stecken. Im Alltag, dann fühlst du dich unwohl. Also das sehe ich Kunden schon auch auf den ersten Blick so ein bisschen an, wenn man sich unterhält und näher kennenlernt. Halt dir mal verschiedene Farben vor das Gesicht. Und da gucken wir mal, wie wirkt zum Beispiel ein Orange. Wie kommt dein Kinn raus? Wirkst du markanter oder verschwindet es eher im Vergleich zur nächsten Farbe? Ich gucke ja nach den Augenfarben, der Unterton der Haut. Da gucke ich mir auch gerade nochmal, bevor ich was sage. Dann drehst du mal um so nach innen. Darf ich mal deine Adern sehen? Ja, ja. Schick mal hoch, ob Gold. Es geht dann immer auch, ich möchte jetzt nichts Goldenes anziehen, sondern wie kommen die Konturen raus? Ich gucke mal, ist natürlich jetzt durch die Bartstoppeln ein bisschen schwieriger zu sehen. Ich gucke mal im Vergleich zu mir. Dann hättest du mal lieber rasiert, Schatz. Nein, das passt ja auch. Das ist doch alles gut. Also ich denke, das Gold ist ein bisschen angenehmer zur Haut. Mhm. Wie das Silber. Man kann dadurch blasser wirken dann auch. Ja, ja, stimmt. Und das ist bei Gold? Du bist auch gut braun im Sommer? Ja, ja, total. Ja, würde ich sagen. Heute bin ich die Kamerafrau. Heute bin ich die Kamerafrau. Also deswegen fand ich ja das so toll mit der Birgit, als ich den Kurs gemacht habe. So, die schaut ja dann alles durch. So was, das wäre für mich auch super betragbar. Das ist schön. Auch mal zu blau, zu grau. Okay. Also das finde ich jetzt schon sehr gut. Das sieht schon schön aus. Also Birgit gibt es auch natürlich tolle Tipps, wie man Schals faltet. Ja, ich weiß, YouTube ist voll davon. Das mag sein, aber Birgit macht das ganz, ganz toll. Und das ist ja natürlich immer schön, wenn man dann natürlich eine Bezugspersonen hat, mit zum Beispiel so einem Schal. Genau, da hat man ja zuhauf im Schrank, was zum Beispiel schön ist, wenn ich den so halbiert halte. Lege mir den um, ungefähr gleich in der Länge. Und stecke das nicht einfach so durch, was ja so meist jeder macht. Oder noch wie so einen Strick hochziehen bis zum Hals. Das kommt besonders gut. Genau, die Männer. Richtig. Also ich nehme erst eine Sache durch. Dann kann ich das drehen und die andere durchstecken. Und wenn ich das so ein bisschen richte, hier oben nochmal ein bisschen voluminös. Und dann macht das doch gleich was her. Das sieht toll aus. Das sieht toll aus, oder? Ja, ja. Muss es ein Wiedererkennungsmerkmal sein immer wieder? Oder kann man jedes Mal sich neu erfinden, sage ich jetzt mal? Kann, muss man aber nicht, wie gesagt. Weil es ist auch manchmal ganz schön anstrengend, sich neu zu erfinden. Ich finde, ein, zwei schöne modische Teile zu klassischen kombiniert oder zu sportiven. Das reicht schon aus. Ich sage immer, ich meine, ich bin ja auch das beste Beispiel. Ein modisches T-Shirt und einen klassischen Blazer. Ich habe das Ganze schon auf. Ja, absolut. Da könnte ich jetzt überall mit hingehen. Ich würde nochmal die Jacke austauschen, auch gegen ein Strickjäckchen in Pink zum Beispiel. Dann ist es wieder ein bisschen lässiger. Also man kann mit ein, zwei Teilen, die man auch austauscht in der Garderobe, ruckzuck wieder eine neue Wirkung erzielen. Auch durch Schuhe. Ich ziehe da auch nochmal das Snicker-Modische drunter. Ja, vielleicht haben wir ja schon mal ein bisschen schief gemacht. Nein, die sind ja toll, um Gottes Willen. Das ist ein schöner Kontrast. Des Wiedererkennungswertes, dass die Menschen einen sofort erkennen, wenn sie einen nur sehen. So anhand irgendeines Merkmals, sage ich mal, sei es ein Detail oder ein Hut oder irgendwie sowas. Ist das sinnvoll oder ist das eher Spielerei? Durchaus, nein, nein, durchaus. Und dann fühlt man sich ja auch wohl, wenn man einen Teil hat, was so zu einem gehört. Ah ja. Dann kann man sich wohlfühlen. Bei mir jetzt, dass ich jetzt so gekommen bin, ist das denn, also sind so viel Farbe, ist es ja jetzt nicht. Nein, aber es sind Kontraste. Ach so. Schwarz-Weiß. Ach so, Kontraste sind auch wichtig. Und auch Kontraste, genau. Ich kann also mit Kontrasten zaubern, sage ich mal. Also ich kann eine Frau locker drei Kilo leichter wirken lassen durch Farbkontraste, indem ich die Farben an den richtigen Stellen einsetze. So ein bisschen zaubern kann man dadurch. Das finde ich immer spannend. Ein bisschen Zauber ist immer gut. Ja, genau. Und das ist es ja, was man bei mir lernen kann. Wo kann ich was tragen, damit ich schlanker wirke. Also ich kann die Wirkung beeinflussen. Will ich seriöser wirken zum Beispiel? Dann kann ich eine markantere Brille wählen. Will ich ein bisschen weicher rüberkommen, dann müssen wir mit anderen Farben arbeiten. Dann sind mehr die weiblichen Farben. Weibliche Farben zum Beispiel von Rosa über Rot oder Lila Töne. Birgit war ja auch mal bei mir zu Hause und hat mit mir meinen Schrank aufgeräumt. Was ich an Birgit auch total toll finde, dass sie nachhaltig denkt. Genau. Also sie ist sehr nachhaltig unterwegs, deswegen schon mal einen Daumen hoch. Ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ja, und sie hat auch mich angeregt zum Andersdenken und auch durch ihre ehrliche und offene Art und auch ihr Auge fürs Detail gefällt mir sehr, sehr gut. Was hat das denn mit diesem Garderoben-Check auf sich, Birgit? Ja, das ist also, der Garderoben-Check führt mich ja an den Kleiderschrank der Kunden und das ist schon so das Herzstück der Damen, die ja doch sehr viel Inhalt vorweisen, sag ich mal. Aber wenn die Hälfte nicht getragen wird, ist das nicht nachhaltig. Und da gilt es für mich, möglichst zu schauen, was passt wie noch zusammen. Den Kunden die Augen zu öffnen, wie kann ich was neu kombinieren, vielleicht nur mit einem Teil, was ich neu dazu kaufe und den Rest nutzen. Durch Accessoires, die ja meist auch vorhanden sind, einen schönen Gürtel, ein schönes Tuch, schicke Tasche, mal neue Farbkombis finden. Das mache ich mit meinen Kunden vor dem Schrank und das hilft enorm weiter, weil man stellt auf einmal fest, das und das ist eigentlich gar nichts. Davon kann ich mich jetzt wirklich mal trennen, sei es Secondhand oder irgendwie weitergeben. Aber den Rest, den kann ich eigentlich nutzen und sieht ganz gut aus, wenn ich das mal anders trage oder mal zum Schneider bringe. Vielleicht ist es einfach auch nur eine Ärmellänge, die zu lang ist, wenn man klein ist. Ich mache mal und habe so eine Jacke an, egal ob das jetzt Winterjacke ist, dann kann man die durchaus mal ändern lassen ein bisschen oder manchmal selbst Hand anlegen und die passend machen. Und sie gibt so wertvolle Tipps, ja, also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, Birgit zu sich nach Hause zu holen. Sie ist auch wirklich sehr lieb. Ich kann das nur zurückgeben, wie gesagt. Was ist denn deine Meinung nach für 2022, also jetzt nicht an Farben, sondern an Kleidungsstilen angesagt für Herren und für Damen, so ein, zwei Sachen, was hast du da? Ja, es wird ja sehr oberseist, aber man muss ein bisschen trotzdem auf sich achten und muss nicht alles davon tragen. Also ich werde mit Sicherheit auch keine solchen weiten Hosen tragen, die toll sind, die vielleicht die Jugendlichen klasse finden und ich bin schon auch modisch unterwegs, aber es muss immer zu mir passen. Wenn ich eine weite Hose tragen würde, würde ich auch irgendwas pikulbetontes tragen, dass ich nicht zu oberseist rüberkomme, weil das einfach nicht mein Stil ist. Also du hast einen Trend für dieses Jahr, oberseist? Ja, oberseist zum Beispiel, viel weiß auch, auch viel Spitzen. Und für die Herren, gibt es da irgendwas? Für die Herren, ja. Es wird, wie gesagt, auch bunt. Und Polos sind ja auch immer in, aber auch zum Herbst viele Westen kommen wieder. Ich hatte ja bei Birgit den Kurs gebucht gehabt, den Farbkurs und seitdem habe ich auch mal meine Farbpalette dabei in meiner Tasche, wenn ich shoppen gehe. Und dass ich einfach auch schaue, okay, sind das die Farben, die zu mir passen. Ja, und dadurch habe ich mir schon sehr viel Geld ersparen können, damit ich halt nicht wirklich zu Oberteilen greife, die überhaupt nicht zu meinem Typ her passen. Also von daher kann ich auch das empfehlen. Investiert lieber mal in so einen Farbcheck bei der Birgit, weil ihr im Nachgang wirklich sehr viel Geld spart, wenn ihr einkaufen geht. Also ich habe ja jetzt auch bald vor, mit Birgit wieder shoppen zu gehen und vielleicht können wir das ja auch mit begleiten. Ja, durchaus. Dass da in Dorn mitkommt. Weil Nachhaltigkeit hat ja auch ein bisschen mit Qualität zu tun. Dass man lange Freude hat, auch nach drei Wäsche noch. Stimmt. Das macht sich bezahlt. Ich meine, das muss jetzt nicht das Allerteuerste sein, aber eine gute Qualität. Ja, absolut. Ich muss nichts verkaufen, weil ich davon nichts habe. Keine Profession in irgendeiner Weise. Mir geht es um glückliche Kunden, um zufrieden, wohlfühlen, die sich wohlfühlen zu Hause und generell sagen, ja, das sind Lieblingsteile. Was würdest du dazu sagen, zu den Teilen, die man im Schrank hat, die man eigentlich gar nicht mehr gerne anzieht und nur noch so als Lückenfüller nutzt quasi und trotzdem noch anzieht? Sich trennen davon oder was wäre das? Das kommt drauf an. Wie gesagt, für die Gartenarbeit geht es ja nochmal oder zum Malen. Aber ich brauche keine Zehnhosen für Gartenarbeit und auch keine Zehnt-T-Shirts zum Malen, sondern auch da reduzieren, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, in welchem Segment bewegen wir uns denn da, Birgit, wenn wir jetzt einkaufen gehen? Also gehen wir jetzt nur in die High-Class-Lehnen oder ist das... Ich berede natürlich mit meiner Kundin vorher, was möchte sie ausgeben, wie ist das Budget und da halte ich mich immer dran. Vielleicht kratzen wir mal ein bisschen an der Grenze, aber sie selbst entscheidet immer, ob sie das möchte oder nicht. Nicht ich. Birgit, war sehr, sehr schön. Ich freue mich richtig. Ja, vielen Dank, Birgit, für die tolle Beratung, für die ganzen Infos. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie das nächste Mal aussieht. Ja, ciao. Danke, Birgit. So, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen von dieser Folge bei der Birgit. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, ich freue mich auch sehr aufs nächste Mal. Seid gespannt, was es beim nächsten Mal geben wird. Tschüss. 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 Vielen Dank.